Sporn Hoi miteinander, ich bin Muriel, bin 19 Jahre alt und komme aus dem Kanton Schweiz. Und ich habe eine grosse Leidenschaft, das ist Sporn zu schiessen. Mit 10 habe ich das erste Mal ein Luftgewehr in der Hand gehabt und bin sofort begeistert von diesem Sporn. Und diese Begeisterung hat bis heute nicht aufgehört. Mich fasziniert am Schiessen das Zusammenspiel von Technik, Körper und Geist. Und ich filme verschiedene Sachen, die zusammenstimmen für den perfekten Schuss. Und die Perfektion gilt es dann in jedem einzelnen Schuss abzuwerfen. Neben dem intensiven Training ist im Schusspunkt aber auch das Material sehr wichtig. Ich habe mir dieses Jahr ein neues Gewehr zugelegt. Und das war mit sehr hohen Kosten verbunden. Mit diesem I believe in New Projekt möchte ich einen Teil meiner Ausgaben für mein neues Gewehr finanzieren. Es würde mich sehr freuen, wenn du einmal auf meinem I believe in New Projekt vorbeischauen würdest. Und ich danke jetzt schon ganz herzlich für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.